Gestern hatte ich so einen Schädel, äh, da ist wieder alles draußen. Das war's für mich. Vielen Dank. 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 Es hat irgendwie zwischen ganz schön gekriegt, abzuklopfen, irgendwie was zu fixieren, aber kaputt war es. Ich schrie, habe ich zum Glück heute gehört. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.